Ha, jetzt aber. Endlich. Willkommen bei einer meiner berühmten Bushaltestellen. Ich habe sie entdeckt, deshalb gehören sie mir. Und zwar alle. Mein Name ist Alex. Es ist ein wunderschöner Name. Der beste Name. Nämlich aber nicht Alexander. Pfui. Das ist ein widerlicher Name. Ein widerlicher Name für widerliche Leute. Wo war ich? Oh ja, ich bin Alex und ich werde dein Busfahrer sein. Ich war nicht immer ein Busfahrer. Früher war ich ein Bushalter. Zahlen liebte ich so sehr. Reicht dich hin und her. Döf, döf. Nein, Moment, das wäre ein Zug. Dies ist eine Bushaltestelle und ich bin dein Fahrer. Möchtest du irgendwo hin? Musik. Ja, wohin geht's denn? Ah, wahrscheinlich muss ich denn nicht so viel die ganze Strecke da abfahren. Ich muss vor allen Dingen hier nach Nordweiler. Da fahren wir mal hin. Zack. Oh, geht das? Klatsch, klatsch. Sind wir schon da? Okay. Ah, und jetzt kann ich einfach mit meinem Schiffchen da schnell nach Nordweiler und fertig. Oh, wie praktisch. Das ist richtig cool. So machen wir das. Zukunftlich jetzt häufiger, sonst brauche ich ja ewig und drei Tage. Da wären wir schon mal. Das Schaf nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ich habe das Gefühl, ich bin ja doch falsch. Was ich eigentlich nicht sagen kann, aber... Wo war da? Nee, nee, nee. Hier, ich bin nicht richtig. Haha. Jawoll. Seilrutsche. Oh, prima. Na, jetzt kann es ja losgehen hier. Ja, würde ich ja gerne. Wie komme ich da hin? Ah. Nein, nein. Ah, prima. Na, jetzt geht's ab hier. So. Feiny, fein. Ha, diesmal habe ich es auch geschafft. Amethyst und Diamanten. Perfekt. Das war genau das, was ich noch gebraucht habe. Okay, da ist nichts mehr. Aber ein Schaf war da noch. Das nehmen wir noch mit. Komm, Schäfchen. So. So. Auf geht's. Will ich den noch mal quatschen? Will ich den hier noch mal? Nö. Gut, gut. Kaufen. Herbstausklang. So, Sellerie, Birnen. Cool. Boah, nee, Birne ist mir zu teuer. Nein, nein, nein. Das war doch sehr erfolgreich. Jetzt, Freunde, der Sonne. Bin ich bereit. Denn ich habe Fähigkeiten. Und die vorher noch kein Mensch wusste. Jawohl, jawohl. Hey, das sind doch hier Masten. Wieso kann ich da nicht? Da hast du doch irgendeinen Trick. Wehe, ich komme hier nicht irgendwo rein. Wo ich noch rein will. Keramik-Figur. Keramik-Figur. Na, Mensch. Du hast die Türen unten aufgeschlossen. Jetzt können alle hier hoch. Ich möchte den Untergeschosspöbel nicht hier oben sehen. Ach, regt dich mal ab. Ja. Oh, ich dachte, du hättest etwas zu sagen. Ja, pff. Muss auch nicht sein. Da habe ich ja echt gepennt. So, die habe ich schon geöffnet. Nee, habe ich doch nicht gepennt. Okay, hier kann ich... Ah. Das muss ich nur lernen. Hm, reicht leider nicht. Aber ich habe ja jetzt Schlüssel. Ha. Komme ich auch so hin. Strahlende Hälskette. So, hier ist gar nichts mehr. Ja, dann habe ich ja vielleicht alles. Ah, dadurch, dass wir den Vogel jetzt wahrscheinlich haben. Was war das? Hörst du das, Stella? Ist das Musik? Eine Orgel? Streichinstrumente? Wie unheimlich ergreifend. So düster und geheimnisvoll. Welch Schönheit. Stella, könntest du bitte die Musik hereinlassen? Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Mal gucken wir mal. Lass dich von den Noten durchströmen, Stella. Lass die Musik direkt in dein Herz dringen. Aha, wahrscheinlich irgendwelche Tasten hier drücken muss. Lass die Musik direkt in dein Herz drücken. Ach Gott. Was ist das? Das war's? Nein, 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 nein. Wow. Ui, 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 ui. Habe ich überhaupt irgendwas gefangen? Okay, ich sehe schon, er kommt hier an seine Grenzen. Oh nein, lass dir wenigstens ein, so ein kleines Vieh da. Oh, komm schon. Ja, Pech hat man oder hat man nicht, ne? Einfach nicht spielbar. Schade, schade. Okay, gleich abgehauen. Ja, ich weiß, ich war echt schlecht. Gebe ich ja zu. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, bis dann, eure Bora. Bobby's. Schade,osa. Scheze. Pschadet. 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 Vielen Dank.